ja es war schön und gut alles aber was ist das für ein Quatsch dass man wieder von vorne anfangen muss dadurch hier 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 das war so weit war ich vorhin auch schon alter ja das hätte ich gerne mal früher gewusst ey dass das meine steuerung beeinträchtigt ja genau keine Ahnung ich schieße halt locker durch Dings durch wa und noch ja und und auch Ich komm hier auch nicht hoch, irgendwie, ne? Ich kann da nicht ans Leben, Alter. Das ärgert mich so. Oder kann ich da jetzt doch ran? Irgendwie in der... Ne, ich kann mich ja nirgendwo festhalten, nirgendwo hochhangeln. Ich komm da oben ja nicht ran, ey. Ich komm da oben ja nicht ran. Ich komm da oben ja nicht ran. Okay, ich dachte eben gerade noch, ich hab Shade, aber... Gut, dann gucken wir mal, wie das vonstatten geht. Oh, hoppla. Sekunde. Ich komm da oben ja nicht ran. Ich komm da oben ja nicht ran. Ich komm da oben ja nicht ran. Aber mein Netzstecker ist auf meiner Fensterbank, also mein Multi Netzstecker und der ist gerade Corona gerutscht und ich dachte, bevor da jetzt noch was passiert, weil ich bin ja um Aufnehmen. Ich komm da oben ja nicht ran. Ich komm da oben. Ich komm da oben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020